Jo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen bei den XRP Bros. Ja, Leute, ich habe hier sehr, sehr interessante News für euch. Wie gesagt, für die es noch nicht mitbekommen haben, ich bin leider alleine. Ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an Sinan. Also kein Schreck, wir haben uns hier nicht getrennt oder so. Wir sind natürlich immer noch eine Familie und die Familienzusammenführung ist auch hoffentlich bald und so schnell es geht wieder am Start. Auf jeden Fall haben wir hier sehr, sehr interessante News, die ich natürlich wieder euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar ein früherer Ethereum-Berater behauptet, dass der Preis von XRP 100 Dollar überschreiten könnte und bis oben keine Obergrenze hat. So wie die Swell, also die Ripple Swell-Veranstaltung steht vor der Tür und das in Dubai. Aber ich würde sagen, wir gucken uns das ganze Spielchen an. Viele weitere News bleibt auf jeden Fall dran. In diesem Sinne, rein in die Olga. So Leute, in jeder unserer Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Bitwavo. Einfach, sicher und mit Paypal Kryptos kaufen. Meldet euch über unseren Link an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 Euro sind gebührenfrei. Die Blockchain-Titanen, Hedara, Ripple und Cardano schließen sich zusammen, um Billionen-Dollar-Märkte zu dominieren und Kooperationen mit Zentralbanken ins Auge zu fassen. ISO 2022, Leute, ja da warten wir alle drauf. Und zwar setzt sich ein globaler Standard für Finanznachrichten ein und stellt eine universelle Finanzsprache und ein universelles Finanzmodell dar. Ja, Leute, um das zu verstehen, ISO 20022, also eine Norm, eine Norm kennen wir überall, die ISO-Norm. Und auch hier im Bankensektor haben wir die ISO-Norm, die neue heißt ISO 20022, wo quasi alle Bereiche, alle Firmen, alle Banken eine Sprache sprechen, damit alles, sag ich mal, connected werden kann. Ganz einfach gesagt. Und deswegen ist ISO 20022 so wichtig. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass nur ein paar Kryptowährungen ISO 20022 konform sind und das haben wir hier hinten. Ich sehe es gerade, ich habe noch vom Zweikanal unser Bild dran. Ich mache es mal eben ab. Dann seht ihr auch unter anderem die Kryptowährungen, die ISO 20022 konform sind. Genau, da haben wir XAP, XLM, IOTA, Algorand, XTC und neuerdings auch teilweise Quant und Hedera Hashgraph. Und hier wird es nochmal spezial betont. Wenn eine ISO-Norm in Kraft tritt, wird sie zu einer globalen Norm und Finanzinstitute bei allen Sicht zu übernehmen. ISO 20022 zeichnet sich dadurch aus, dass sie die herkömmlichen Grenzen des Finanzmessagings überschreiten und eine universelle Sprach- und Datenmodell bietet. Und allerhand von Finanztransaktionen abdeckt. Dies ist besonders bedeutsam in dem Bereich der Kryptowährungen, wo das Fehlen standardisierte Identifikatoren, ähnlich wie bei Banken, US-Dollar von australischen Dollar unterscheiden, eine labyrinthische Umgebung schafft. Die Einführung von Digital Token Identifiers für Kryptowährungen lautet eine neue Ära der Klarheit ein, was wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten müssen. Gerade bei den Projekten ganz, ganz wichtig zu sehen, wenn es in den Bankbereich geht und die wollen in den Bankbereich gehen, ist es sehr interessant und unausweichlich. Ich meine, dass die Projekte am Start sind, meiner Meinung nach. Und zwar, Leute, ist es schon wieder soweit. Die Swell steht vor der Tür und diesmal in Dubai. Und ja, Ripple konnte den Börsengang auf der Swell ankündigen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir haben es ja schon erwartet, dass es auf der großen Proper Party passiert. Ist nicht geschehen. Man muss auch ganz klar dazu sagen, wir haben auch noch keine hundertprozentige regulatorische Klarheit. Leider nur Teilsiege. Und ich denke, wenn das Ding zu hundert Prozent durch ist, dann wird auch der Börsengang komplett am Start sein. Und angekündigt vielleicht auch schon vorher, Leute. Ja, die Swell am 8. bis 9. November. Wir werden auf jeden Fall berichten, alles was wir finden. Deswegen abonniert auf jeden Fall den Kanal, damit ihr alle aktuellen News jeden Tag erhaltet. Ja, und gehen wir weiter zu dieser News. Ich habe jetzt heute Morgen schon einmal News rausgehauen auf unserem Zweitkanal. Da habe ich auch kurze Ripple-Nachrichten mit reingenommen. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Da ging es darum, dass die SEC eine Geldstrafe von 770 Millionen US-Dollar gefordert hat, damit ein Vergleich, sag ich mal, entsteht. Was einfach unglaublich und absolut kurios ist, wenn man die ganze Geschichte immer ein bisschen verfolgt hat. Und hier haben wir jetzt schon das Statement. Ripple weigert sich, die hohe Geldstrafe von 770 Millionen US-Dollar an die SEC zu zahlen. Ja, und hier hat der Johnny Deaton, oder verweist der Johnny Deaton auf die Klage von SEC gegen Library. Ja, wo die SEC auch eine Höhe, also eine Geldstrafe von 23 Millionen US-Dollar gefordert hat. Und die später jedoch auf 130.000 US-Dollar reduziert wurde. Also auch da, die SEC kriegt einfach nur noch Klatschen. Und ich denke, dass sie jetzt einfach nur noch versucht, ihr Gesicht zu wahren. Weil alles andere ist einfach nur noch lächerlich. Ja, und gehen wir nochmal hier kurz auf einen früheren Ethereum-Berater ein. Er hat nämlich hier erwähnt, dass der XRP-Preis 100 US-Dollar überschreiten könnte und keine Obergrenze hat. Was ich sehr, sehr interessant finde. Und zwar sagt das der frühere Ethereum-Berater Steven Nayroff in einem Beitrag, der auf der Plattform X, also auf Twitter, geteilt wurde. Und er fügt hier nochmal hinzu, dass XRP die Rolle der globalen Reservewährung in einen Teil des Ganzen übernehmen könnte. Ja, Leute, zigzag-mäßig das Ding hier durchgehauen. Ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an Zinan. Und nochmal ganz, ganz lieben Dank an alle, die uns jetzt auch hier in der Zeit so tatkräftig unterstützen. Das ist nicht selbstverständlich. Auf jeden Fall ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an die beste Community in den ganzen Krypto-Space. Müssen wir uns einfach wirklich immer bedanken. Es ist wirklich unglaublich. Wir haben vor kurzem die 12.000 Abonnenten geknackt. Es ist, ja, wir wissen auch, wie wir so angefangen sind. Es ist einfach schön zu sehen. Und deswegen nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Das war es auf jeden Fall hier mit den XRP-News. Morgen, übermorgen hauen wir auf jeden Fall die nächsten News raus. Wie gesagt, liked das Video, teilt das Video, abonniert und schaut gerne bei unseren anderen Kanälen vorbei. TikTok, Instagram, Telegram und so weiter. Alles in der Beschreibung verlinkt. Und ja, Leute, in diesem Sinne, haut rein!